Die Herbstferien sind vorbei und das Coronavirus nach wie vor präsent. Deshalb hat die Landesregierung weitere Maßnahmen an den Schulen des Landes getroffen. So mussten am Morgen des ersten Schultages alle Schüler von den Eltern unterschriebene Formulare mitbringen. Zum einen wurde dort der Gesundheitszustand abgefragt, also ob ein Kind Covid-19-Symptome aufweist. Zum anderen sollten die Erziehungsberechtigten bestätigen, dass sich ihr Kind in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem nationalen oder internationalen Corona-Risikogebiet aufgehalten hat. Zudem steht ab sofort das Lüften der Klassenzimmer auf der Tagesordnung. In regelmäßigen Intervallen sollen nun alle 20 Minuten, auch während des Unterrichts, jeweils drei bis fünf Minuten gelüftet werden. Für die Pausen ist Querbelüftung vorgesehen, also mit Durchzug bei geöffneter Tür.